Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es meinen Monthly Collected Haul für den Monat Juli. Ich drehe ja jedes Mal Ende des Monats so mein Haul, was ich über den Monat hinweg geshoppt habe. Und ja, ich habe ein bisschen geshoppt, nicht ganz so viel wie manche Monate davor, muss ich ehrlich sagen. Diesen Monat konnte ich mich ein bisschen besser beherrschen, aber es ist trotzdem noch genug. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ich hatte bei What's Up Beauty bestellt, das Video ist noch nicht online, kommt aber auf jeden Fall die Woche noch online. Und What's Up Beauty ist ein amerikanisches Indie-Brand, durch das ich durch Zufall aufmerksam geworden bin. Und ich fand die Paletten einfach wunderschön. Ich habe mir zum einen die Monsoon oder Desert Monsoon Palette bestellt. Ich finde, allein das Packaging ist schon umwerfend und so sieht sie von innen aus. So ein bisschen kühleres, braunes Farbschema mit so ein paar Pop of Color. Und dann hatte ich mir noch die Geodes Palette bestellt. Die haben vielleicht von euch einige schon auf Instagram gesehen, weil durch dieses wunderschöne Packaging ist sie da so ein bisschen rumgeschwirrt. Und so sieht sie von innen aus. Auch wunderschön. Die Desert Monsoon habe ich, wenn ich dieses Video hier drehe, schon getestet. Die Geodes noch nicht. Aber darauf freue ich mich schon unglaublich. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie euch dieses Video gefallen wird. Ich sage jetzt hier noch nichts zur Qualität. Falls ihr das wissen möchtet, schaut euch dann das Video zu den Paletten an, weil ich die beide in einem Video teste. Aber vorab schon mal wirklich zwei wunderschöne Paletten. Als nächstes hatte ich dann bei Purish bestellt. Und zwar wollte ich von Dominique Cosmetics zwei neue Produkte austesten. Einmal den Concealer und das Puder. Das Video dazu kommt auf jeden Fall auch online. Ich habe damit schon gedreht. Ich trage das heute auch. Werd aber auch hier noch nichts dazu sagen. Also lasst euch da überraschen. Ich habe dann außerdem noch bei Glamshop bestellt. Ein paar Single Shadows. Die zeige ich euch aber jetzt heute nicht, weil die habe ich schon in die Palette einsortiert. Dann hatte ich mir einen Cream Blush bestellt in der Farbe Dominique. So. Es tut mir immer so leid. Ich bin einfach schlecht, was das angeht. Der ist so ein richtig schöner Peach. Den habe ich noch nicht getestet. Falls ihr den in Action sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Glamshop ist ja ein polnisches Indie Brand. Ich liebe die Single Shades davon. Ja, und dann hatte ich mir noch einen Highlighter in Seduction bestellt. Der allerdings Broken ankam, weshalb ich ihn wieder ins Pfändchen gedrückt habe. Weniger schön. Aber ja, den habe ich auch noch nicht getestet. Mir ist jetzt auch gerade was hier runtergebröselt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Falls ihr den aber auch in Action sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Außerdem hatte ich noch bei Flakoni bestellt, weil ich zwei Produkte aus der Cute As Shell Limited Edition von Essence haben wollte. Die waren überall bei mir ausverkauft in den Drogeriemärkten. Und da ich die zwei testen wollte, habe ich sie online bestellt. Auch die trage ich heute. Habe ich schon getestet. Einmal den Blush Lighter. Da habt ihr in der Mitte eben wie so ein Blush und außenrum ein Highlight. Was ihr aber natürlich auch gut mixen könnt, wenn ihr ein Glowy Blush haben möchtet. Und dann einmal den pH Reacting Lip Tint. Genau. Die Limited Edition könnt ihr auch, glaube ich, online noch bestellen, falls ihr sie im Drogeriemarkt nicht mehr findet. Dann hatte ich mir von LA Girl so einen Glitter Pot bestellt. Holo Glam heißt der von der Farbe her. Und je nachdem eben wie das Licht hier einfällt, schimmert der. Habe ich nicht getestet. Falls ihr den sehen wollt, auch hier lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich fand, der sah irgendwie cool aus. Und ich habe von LA Girl noch nicht so viel getestet und dachte mir, okay, komm, dann bestellst du den jetzt eben noch mit. Und natürlich hatte ich auch hier noch die Sigma Enchanted Palette bestellt. Dazu kam ja jetzt schon ein Video online. Online vor allem. Online. Schaut es euch gerne an. Wie unglaublich schön ist diese Palette. Sie war reduziert und ich dachte mir, gut, ich wollte eh die zwei Produkte aus der Essence Limited Edition bestellen. Bei Schwazsina. Dann bestellst du jetzt die Palette auch noch mit. Ich wollte sie schon unglaublich lange haben, weil ich die Sigma Qualität eben super finde. Und das Farbschimmer der Enchanted Palette hat mich sehr angesprochen. Ja. Und jetzt gehört sie mir. Ich bin echt extrem glücklich. Ich finde sie wunderschön. Und hier gebe ich einen kleinen Disclaimer. Also falls euch die Palette gefällt, schlagt zu. Die ist wirklich spitzenklasse. Und ich liebe sie. Last but not least habe ich bei Colourpop bestellt. Und zwar einmal die Coast is Clear Palette. Auch die seht ihr heute auf meinen Augen. Ja. Wunderschönes Schätzchen. Ich liebe ja Colourpop. Eins meiner absolut liebsten Brands. Und ich sammle immer so ein bisschen die Kollektionen, bis ich genug zusammen habe, damit es sich lohnt zu bestellen. Und ja. Die war dieses Mal mit dabei. Dann habe ich mir einen Bronzer bestellt. In der Farbe Avila Beach. Auch den seht ihr heute auf meinem Gesicht. Ist so ein riesen Klopper. Genau. Dann hatte ich mir noch die An Emerald Away Palette. Sorry bestellt. Die wollte ich schon länger mal haben. Ihr wisst ja, ich liebe Grün. Und ich fand die halt so eine perfekte Kombination. Weil ihr habt einen hellen Crease Shade. Ihr habt was zum Abdunkeln. Ihr habt einen hellen Schimmer und einen dunkleren Schimmer. Habe ich noch nicht getestet. Falls ihr die sehen wollt, lasst es mich wissen. Ich kann auch gerne so die Produkte in einem Video machen. Die Glam Shop Produkte. Den LA Girl Shimmer und die Palette. Falls ihr da Interesse dran habt, dann teste ich das einfach gesammelt. Ja. Auf jeden Fall eine wunderschöne Farbzusammenstellung. Ich freue mich schon drauf, sie auszuprobieren. Sei es jetzt in dem Video oder eben einfach für mich privat. Und dann. Hoppla. Habe ich noch ein paar Super Shock Shadows bestellt. Plus zwei Super Shock Blushes. Die mag ich ja auch immer ganz gerne. Und zwar habe ich mir einmal die Farbe Holiday bestellt. Mal gucken, wie ich es aufkriege. Weil ich die immer sehr fest wieder verschließe, damit sie nicht austrocknen. Ja. Geht so ein bisschen ins Coralie. Und dann die Farbe Count Me In. Was eher so ein bisschen ins Terracotta geht. Die habe ich noch nicht benutzt. Werde ich aber noch tun. Und dann hatte ich mir einige Super Shock Shadows bestellt. Ein paar davon sind neue Farben. Ein paar davon sind nochmal Nachkäufe. Weil mir die anderen leider ausgetrocknet sind. Die Super Shock Shadows sind ja so eine Cream to Powder Formula. Das heißt, wenn ihr die benutzt, schließt sie bitte danach schnell wieder zu. Und macht sie fest zu. Weil die eben austrocknen können. Ich habe welche. Die habe ich schon mindestens drei oder vier Jahre. Und die sind immer noch gut. Und ich habe welche. Die hatte ich nicht mal jetzt ein Jahr. Und die sind schon ausgetrocknet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob die Formula irgendwie geändert wurde. I don't know. Aber es gibt ein paar Shades, die ich mir eben nachbestellt habe. Und ein paar neue. Ich würde gerne so ein Super Shock Shadows Watch Video machen. Sowas, wie ich eben auch schon mit meinen Glam Shop Shadows gemacht habe. Schreibt mir da auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr da überhaupt Interesse dran habt. Oder ob euch das gar nicht interessiert. Ja. Einmal habe ich mir die Farbe Rooftop Cocktail bestellt. Ich mache sie jetzt einfach mal immer schnell auf. Der schimmert. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Also es ist so ein bisschen Duochrome. Wunderschön. Dann die Farbe Frog. Die habe ich mir nachbestellt. Weil der leider ausgetrocknet war. Guck mal an, wie wunderschön der ist. Ja, ohne den wollte ich einfach nicht sein. Deshalb habe ich ihn nachbestellt. Dann die Farbe Mogul. Der ist neu. Den hatte ich noch nicht. Und das ist so ein wunderschönes Blau-Lila irgendwie. Auch je nachdem, wenn ich ihn jetzt so angucke, sieht er eher lila aus. In der Kamera wirkt er aber sehr blau. Also ich hätte voll Bock auf so ein Swatch-Video. Ich liebe das ja, Shadows zu swatchen. Deshalb lasst es mich gerne wissen. Dann Rose Garden. Auch ein neuer Shade, den ich noch nicht hatte. Und auch so ein bisschen Lila. So Periwinkle, wenn man das so sagen kann. Dann Mint For You. Wenn ich ihn denn aufkriege. Ja, das bin ja genau ich. Dann hatte ich mir die Farbe I Heart This nachbestellt, weil ich den auch unglaublich gerne mag. Ihr seht auch, dass die immer in unterschiedlichen Verpackungen kommen. Auf der Seite sahen sie alle weiß aus. Also alle in diesem Packaging. Aber irgendwie. Egal. Hauptsache die Farbe stimmt. Den liebe ich. Wie gesagt, nachbestellt. Dann Lady Bird. Auch den habe ich mir nachbestellt, weil ich den unglaublich schön finde. Ist halt wirklich so ein helleres Gold. Dann ganz neu Lab Dog. Den kannte ich auch noch nicht. Finde ich auch wirklich wunderschön. Und als letztes Empire. Auch den habe ich mir nachbestellt. Ist halt wirklich so ein wunderschönes Grün. Ja, das war es mit meinem Haul. Um einiges weniger als in manch anderem Monat. Trotzdem noch genug. Ich würde aber sagen, dass ich schon einiges davon getestet habe. Da bin ich also ganz gut vorangekommen. Und ja. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr zum einen dieses Colourpop Video sehen wollt. Wo ich die Super Shock Shadows watche. Und welches Produkt euch von diesem Haul am besten gefallen hat. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020